hallo leute und herzlich willkommen zurück bei er ist schon hier genau genau ach ja ich brauche immer noch gemisch oder war gemisch das was ich brauchte ach ne ich brauche immer noch hier platteriert das ist so aluminium so 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 dann machen wir einfach alles weg so 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 oh normal so 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 wenn ich hier kein aluminium finden sollte ja auch kein zinc finden sollte dann glaube ich muss das tun mal mit einer rakete vorbeikommen mit zwei schubdüsen ok aber ich schau gerade noch ob ich jetzt hier noch da irgendwie rankommen so ich muss mich halt nur nach unten graben ja dauert halt so überall hämatit so jetzt mh ja denn herz hatte was ich brauchen kann gerade ja mh so Ah, Rucksack voll. Warte, Schatz. Du musst unbedingt nach oben laufen, kein Sauerstoff mehr. Du bist kein Sauerstoff mehr. Ja, ich kann ja auch keine Leitungen legen, weil ich kein Gemisch habe, um Leitungen zu craften. Äh, weißt du? Ein bisschen. Sollte ich schnell genug nach oben kommen? Ah, da seh ich schon mal eine Leitung. Aber ich seh leider kein Aluminium-Erz, was ich brauchen könnte. Hm. Da krieg ich nur Quarz raus. Da ist auch ganz viel Quarz, da ist Hematid ganz viel. Hm. Da krieg ich ein bisschen Science raus. Okay. Irgendwo... Der Erz, was ich äh, brauchen kann. Ist echt ein bisschen nervig. Hm. Dar. Und... ... ... ... ... Ja, so sieht das Teil aus. Jetzt ruche ich Nächte, was hier ist, und haben wir Aluminium. Hier ist das Gemisch immerhin. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist der Aluminium verschwunden. Oh. 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 Okay. 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 Ja. So. Hm. Äh. Das Reibstoff. Schwefel. Stahl. Aha. Titanlegierung. Nanocarbonlegierung. Okay. Das Kunststoff. Gemischen Kohlenstoff. Äh. Das Lehm. Das Gemisch. Okay. Das sind auch noch ein bisschen. so ein spät nicht und starten ja nix mit aluminium das muss ja bei dem hier sein was ist das hier sein keine ganisse haben wir schon, arbeitslicht, flutlicht so geil ist ne konzerente stoff verschiedene große ressourcen, genau das andere war glas, genau hier und starten so so hmm so äh kunststoff und so und äh na nein das so so aha ja gut, dann grabe ich mich mal weiter runter auf dem planeten und hofft schon, dass ich äh ein Latterit finde ok ah so funktioniert das, ok ich hätte schon fast Angst so so ich habe mich Orgelass. So. ok also ich bin ja schon in der nähe vom planetenkern weil ich schon die meldung bekommen habe dass ich jetzt hier region kern bin ja gut vielleicht gibt es hier wohl an der ried mal schauen sollte nur nicht zu weit weg gehen also die dinge hier bringen gerade übelst viel seins den ständchen hier unten ok das scheint nicht ganz so zu funktionieren wie ich wollte das ist schlecht konnte ein mittelgroße ressourcenkanister herstellen problem ist sobald der ofen fertig ist wird es nicht darüber transportiert in den kanister rein ah ja da sehe ich schon den anfang vom kern aber kein aluminium das ist gerade irgendwie allgemein kein erz ok ich glaube ich werde weiter oben schauen ach was haben wir denn da astronom so wo war jetzt mein ausgang das lehm ok so haben wir ja das ist der rampe sehr schön Ich muss den K-Flyer weiter hochgehen, weder. Das ist so. 380 Bytes, sehr geil. Also hier ist ein Mantel. Aluminium-Kranik, das ist gut. Hier ist Höhlen. Ja, gut. Nein, wo haben wir Keramik? Keramik. Ah, ja. Ja, ich habe keine Verbindung mehr. Sollen wir mir so eine Verbindung mitnehmen? Bevor ich da entlang laufe. Hm. So. So. kohlenstoff von top und starten wir haben hier unter Aluminium Wolfram Zink Mhm. So. Ah ja, da hat's einmal niedergelegt. Feuerwerk. Himmel. Oh, ich hab was gefunden. Und was? Das Latarit gefunden. Das, was ich die ganze Zeit gesucht hab, hab ich endlich gefunden. Sehr schön. Glaube ich. Ja, das ist es. So. Uh. So. So. Okay, das hätten wir ja schon mal. Hm. Viel Aluminium kriegt man hier definitiv nicht. Aber ich hab immerhin drei Erze. Das sollte erstmal reichen. Ja. Äh. Äh. Was haben wir hier? Ja. Mit der große Batterie. Zink und Lithium. Können wir noch nicht gebrauchen. Kupfer und Glas zusammen. Wir haben hier kein Glas. Was? Oh. Äh. Soll ich den tragbaren Sauerstoffmacher lernen? Ähm. Kannst du machen? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich hab gerade gesehen, dass man dafür Nanocarbon-Legierung braucht und das können wir ja noch nicht machen. Äh, wir haben also 10.000 Punkte für nichts. Ja. Dynamit. Feuerwerk. Kleine Kamera und so brauchen wir eigentlich alles nicht. Lotterit und Lotterit und Lotterit. Geil. Hm. Feuerwerk. Hydrogen. Hydrozyne. Jetpack. Äh, können wir nicht machen. Oh, jo. Hm. Hat sich bei dir der Himmel gerade auch geändert? Äh. Weiß nicht. Ich hab die ganze Zeit nicht auf den Himmel geachtet. Äh, schon mal in den Himmel? Ja. Ja. Oh. Der sieht jetzt bei dir auch. Jetzt sieht er weiß aus. Oder war kurz weiß. Der ist so ein seltsamer Gegenstand, der das scheinbar macht. Okay. Jawohl. Sehr cool. Wie kann man... Wie kann man... Hm. Das ist so. Mittlerer Gaskanister. Mittlerer Gaskanister. Gaskanister. Ist das so eins, dass man dann die Maschine dran hängt, oder? Was meinst du? Das Mittel... Äh, Mittel... Ach. Mittelgroße Gaskanister für Flüssigkeit und Erde. Äh. Hm. Weiß ich nicht. Könnte es sein. Ah, lernen wir mal. Wir haben ja genug. Und soll ich die automatische Arme lernen? Ja. Ah, dafür brauchen wir Grafit und Aluminium. Was kann man mit den Sensoren machen? Das weiß ich nicht. Ähm. Aber wir können doch mal hier die... Ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Joink. Mit einer großen Batterie hast du gerade gelernt. Da. Aha. Ja. Und was brennt die? Also kann man die tragen? Nein. Die kann man nur hinstellen. Okay. Mit dem und Zink. Okay, Zink habe ich keins. Mit dem habe ich ja. So. Ich brauche die Schubdüse weg. Die Schubdüse hin. So. Ich könnte jetzt von diesem Planeten wieder abhauen. Okay. hier. Ähm. Das mache ich jetzt mal ganz einfach. Ich brauche erstmal wieder Harz. So ein Scheiß. Ich brauche erstmal wieder Harz. Das war es ein... Titan. Auf Glacio in Höhlen oder auf Versania in den Bergen. Da kannst du Titan finden. Okay. Also wenn du auf ES10 das Astropedia reinschaust, da siehst du das. Ja. Atmosphäre-Kompensator. Wow. Das war jetzt alles an Harz. Toll. Da in die Löwe reingehen. So ein Mist. Das war jetzt. Hmm. So. Ich halte nochmal runter. Äh. Äh. Ja genau. Hier ist gleich. Orts. Hm. Ja. Ist so. Also. Traktor. Dafür brauchen wir Aluminium. Wir brauchen das Lager. So. Hm. Hm. so drei das nicht und vier besser raus oh wir sind schon wieder bei 30 Minuten würde es sein das war's für diese Folge also liebe Leute bis zum nächsten Mal ciao ciao